hallo und herzlich willkommen zu den dsa nachrichten in 3 bis 20 minuten deiner nachrichtensendung rund um das schwarze auge die schwarze katze und aventuria wir haben heute mit dabei die neuerscheinungen aus dem märz wie zum beispiel ruf des berges oder auch das archiv der kreaturen und auch die schwarze katze ist in der refurbished variante jetzt erschienen ebenso ingrim und dann gibt es eine neuigkeit anton westes zurück bei dsa dazu gleich mehr als crowdfunding ehre des goldenen kaisers hat einige produkte da sind jetzt etliche vor pdfs erschienen unter anderem mit dabei den hauptband ehre des goldenen kaisers die mysterien der goldenen kaiser zeit und auch die verschwörung von garrett in der dsa fünf neu auflage dann gibt es ein paar neue informationen zum mosaik der märchen das crowdfunding was inzwischen beendet ist der kodex des götterwirkens legt noch mal eine extra runde ein wir haben noch einen neuen blogbeitrag zur bibliografie des schwarzen auges der einige fragen klären dürfte wir haben eine ankündigung zu geschöpfe der anderswelt und es gibt einiges neues zur vtt im q2 ebenso neues zum aventura crowdfunding auch zur elf wird es noch etwas neues geben außerdem gucken wir natürlich was sich die nächsten wochen so tut aber jetzt viel spaß mit den nachrichten zunächst aber noch eine kleine bitte wenn dir der kanal gefällt und die videos dann abonniere doch gerne lassen da um nach oben und aktiviert die glocke um nichts zu verpassen außerdem verbessert du damit natürlich unsere sichtbarkeit ja wenn du mehr zu den produkten wissen willst irgendwelche links braucht oder so dann geh doch mal auf hinter dem schwarzen auge.de oder einfach hinter minus dsa.de da findest du alle produktlisten du kommst auch mit dem qr code hier direkt dahin und das ist übrigens auch das woran ich die letzten wochen viel gearbeitet habe ich werde künftig dann die ganzen listen mit diesen komfortablen filteroptionen hier versehen außerdem wird es einige neue listen geben zum beispiel die aktuelle und vergangene collectors club welle was so neu erschienen ist diesen und letzten monat und so weiter und so fort wenn ihr da ideen und wünsche habt dann teilt mir die gerne mit ich werde so nach und nach dann darum informieren wenn es diese neuen listen gibt ja und wir starten jetzt aber erst mal mit den neu erscheinungen und zwar wie schon gesagt der ruf des berges ist erschienen am 28.03 kostet 935 als buch oder 2399 als pdf der war ja eigentlich als solo kampagnen band gedacht mit knapp über 100 seiten da geht es um die zwerge es ist auch viel lebendige geschichte dabei natürlich zwerge wie man hier sieht könnten vielleicht auch drachen eine reue spielen und inzwischen ist ja auch bekannt dass dies quasi der band null der kommenden zwergen kampagne ist das heißt die neue zwergen kampagne die vierteilige die wird darauf aufbauen diese wird sich dann um brandlands packt wir wissen noch nicht genau welcher von den beiden packten aber um einen von den beiden drehen mehr dazu dann in einer der nächsten sendungen begleitend dazu gibt es auch noch das accrylmarker set der ruf des berges ist erschienen ebenfalls am 28.03 kostet 14,95 und wie man hier sieht kommen die accrylmarker nicht mehr im plastikbeutel also schon noch weil der ist auch in der box aber rund um den plastikbeutel oder einfachen zip beutel ist es dann nur noch ist so eine papp verpackung wie ihr sie vielleicht auch von den miniaturen schon kennt was einfach damit zu tun hat dass die dann ja gefahrenfreier verschickt werden können außerdem im lager leichter zu stapeln sind und auch für uns nutzer wenn wir die nicht irgendwo anders einsortieren ist es natürlich dann auch zu hause leichter einsortierbar und lagerbar als mit diesen beuteln dann ist der erschienen mit einem monat verspätung gestartetes gottwalls torwall und das gealska land in der reloaded variante das heißt dieses jetzt der regelfreie reine regionalspielhilfenband am 28.03 erschienen kosten 39,95 oder 23,99 als pdf und wer jetzt in die gestartetes gottwalls neu auftauchen möchte und da keine regelbände haben möchte die ja letzten monat schon erschienen sind der kann dies jetzt mit der neuauflage tun übrigens mehr zu den jetzt genannten produkten gibt es natürlich auch im letzten vlog der inzwischen auch auf youtube ist das archiv der kreaturen ist ebenfalls erschienen über 300 seiten band wir hatten in einer der letzten sendungen schon mal kurz reingeguckt ebenfalls erschienen am 28.03 zum preis von 69,95 als buch oder 41,99 als pdf und auch hier gilt bei den sammelbänden ist nur in der ersten auflage dieser kunstledereinwand die weiteren auflagen werden dann einen normalen einwand bekommen was einfach damit zu tun hat dass dann die mengen geringer sind und sich da das kunstleder auch dann nicht mehr lohnt das heißt die müssten dann deutlich teurer werden wir haben für dsa 2 gaukel spielen der remastered variante im märz erschienen zum preis von 12,95 als buch das bdf gibt es für 4,99 ja schon etwas länger jetzt dann auch geupdatet auf die remastered variante wir haben mit dabei zwei schicksalverdamme sets nämlich den erzdämon karybderoth ich dachte immer es eine erzdämonin mit wie immer drei würfeln 2w6 1w20 und 3 chips sowie ein paar kleinen regeln hier kann man auch einen guten eindruck von den würfeln bekommen und das ganze gibt es dann auch noch für nominoru ebenfalls für 14 95 im märz erschienen auch da gibt es wen wundert es 2w6 1w20 und 3 chips sowie ein paar regeln zum einsatz dieser chips ja auch hier noch mal ein eindruck von den würfeln dann im märz erschienen kein teil einer collectors club welle kam etwas überraschend aber im endeffekt gab es diesen schuber ja früher schon das heißt das ist in dem sinne eine neuauflage jetzt aber mit den aktuellen versionen der wademecums der wademecum schuber in der gefüllten variante nämlich für 239,95 in der buchvariante ihr bekommt das sammelsurium ja auch schon länger als pdf für 104,87 in der summe und das ganze gibt es dann auch noch mal in der leeren variante jetzt komplett leer das heißt da ist auch kein 13 das wademecum drin was ja in dem gefüllten schuber mit drin ist also gefüllter schuber zwölf wademecum für die zwölf götter plus der bund des wahren glaubens und hier die leere variante komplett leer für 29,95 ebenfalls im märz erschienen da passen natürlich auch die halbgötter wademecums rein und ebenso die heldenbreviere das heißt ja wer da noch ein paar bücherlose rumliegen hat der kann sich von 29,95 auch diese schuber holen wo dann immer so zwölf bis 13 bände reinpassen dann ist erschienen epische begegnungen nummer vier auf drachenjagd 9,95 kostet das set bestehen aus dem zwergischen krieger dem tatzelwurm und dem baumdrachen der tatzelwurm ist ja noch mal ein bisschen angewachsen damit es von den größenverhältnissen dann auch passt ja die viecher sind gar nicht so groß aber umso dicker das ganze gibt es natürlich auch noch als stl für 17,85 dollar inklusive steuer dann haben wir auch eine solo mini nämlich xenos von den flammen kostet 8,95 in der kleinen variante 5,95 us dollar als stl und das ganze auch in der großen 500 prozent variante für 39,95 kleine variante neues resin große variante altes resin zu resin kommt nachher auch noch mal etwas wir haben die winterwacht des bonn und die walberge in der deluxe limitierten variante die ist jetzt aktuell wieder verfügbar die war ja vorher nur im crowdfunding verfügbar jetzt ist sie auch im f-shop gelandet zumindest die restposten kostet 59,95 als buch oder 23,99 als pdf wir haben außerdem oder ich habe noch eine korrektur zu machen nämlich zur winterwacht die bonn und die walberge das bonn und die walberge in der fondivative version da hatte ich in der letzten sendung gesagt da wäre das abenteuer mit dabei das stimmt nicht also für die 69,95 bekommt ihr das gesamtpaket der regionalspielhilfe aber nicht das abenteuer das noch mal als korrektur dann ist ebenso erschienen das dornreich aranien und das erbe des mogulats als fondivative modul am 11.03 das kostet 49,95 ist also etwas günstiger was einfach damit zu tun hat dass sich dieser vtt preis immer an den buch und pdf preisen der alten bände orientiert hat mit dabei ist meines wissens auch wieder die passende sphärenklang cd ebenso für vtt ist kaiser retos waffenkammer rausgekommen am 15.03 kostet 26,95 da sind natürlich jede menge waffen in erster linie drin und zwar die ganzen historischen das heißt wer seine helden damit ausstatten möchte oder einfach eine tour durch das durch die waffenkammer machen möchte denn der text ist ja auch mit enthalten der kann das jetzt ebenfalls mit dem vtt modul dann kommen wir zu die schwarze katze da ist der kernregeln sammelschuber in der gefüllten variante erschienen für 129,95 am 28.03 hier sieht er auch mal sieht man ihn auch mal in in anführungszeichen live und gefüllt die pdfs in summe kosten 77,97 dann gibt es das ganze noch in der leeren variante das gleiche in lehrhalt für 29,95 den preis kennt ihr ja schon unter anderem vom vatimekum schuber ja mit da drin ist zum einen die schwarze katze grundregeln in der refurbished variante das heißt jetzt neu inklusive hunden leicht textlich angepasst aber sonst der inhalt den ihr auch kennt verwehener ist auch da mit drin kostet 49,95 als buch oder 29,99 als pdf dazu gibt es dann die ausbauregeln für 39,95 oder 23,99 und auch das spielerkompendium für 39,95 oder 23,99 in der refurbished variante ebenso dazu gab es die ikonischen helden katzen dokumente für 9,95 gibt es die in print version oder 5,99 als pdf die sind so im atarfalz das heißt man hat ein diner 4 blatt und dann zwei halbe diner 4 blätter die man aufklappen kann ja ist eine ganz nette variante wir haben außerdem die abenteuer anthologie puppentanz dazu ebenfalls im märz erschienen von 1995 als buch oder 11,99 als pdf mit drei abenteuern und ja hier sieht man unter anderem den einsatz im havena wachsfigurenkabinett dann ist noch erschienen das pfotenwerk nummer 12 havenas zwei beiner die pfotenwerkreihe wie ihr wisst reine pdf und kostet 2,99 und auch epische begegnungen gibt es bei den katzen nämlich die nummer drei katzenjammer mit nino blütentasche einem wütenden hund und vier mehr oder weniger schlafen und sich regelnden katzen das ganze kostet wie bei allen epische begegnungen set in 39,95 ist schon das neue resin und 17,85 kostet die stl datei des gesamten sets vielleicht nutzt du ja schon das weiße auge den discord bot da hat bisher die premium variante die man monatlich oder jährlich kaufen konnte geld gekostet und das ganze seit dem ersten vierten jetzt inklusive alle features kostenfrei das hat fuxi mit einem neuen vertrag mit ulysses so klar gemacht und seit dem ersten vierten könnt ihr also diesen bot den ihr auf fuchsis homepage findet einfach auf eurem server installieren und dann alle funktionen nutzen dazu gehören die ganzen kartensets wie ihr da seht ja umrechnungstabellen das gesamte regel wiki ist meine ich da angebunden ihr könnt ein heldendokument verwalten und was weiß ich noch also schaut da gerne mal rein spätestens jetzt ist der richtige moment um das tool auszuprobieren dann die götterstatue von ingerim die war ja schon länger angekündigt jetzt ist sie endlich da nicht im f-shop nicht im collectors club sondern bei kraken exklusiv wird es die geben ich bin daher auch nicht sichter ob es die überhaupt dann in der limitierten variante gibt ich glaube fast das ist dann schon direkt die unlimitierte variante am 28 dritten erschienen kostet 179 990 also etwas teurer als die bisherigen was aber auch einfach damit zu tun hat dass der herr natürlich noch seinen ambos mitgeschleppt hat und da kommt noch mal einiges an zinn obendrauf ja hier ein paar bild eindrücke ansonsten guckt bei kraken wargames im shop dann gibt es auch bei godikon neues nämlich das holz amulett von boron in der second edition kosteten 999 könnt ihr jetzt bei godikon seit dem 12 dritten erstehen und bestellen das gleiche gibt es auch für priors in der second edition auch für 1999 und auch für raya in der second edition ebenfalls 1999 und ganz frisch gibt es gibt es auch den wende anhänger von götter und dämonen das heißt auf der einen seite götter auf der anderen die dämonen das ganze kostet 29 99 ist aus metall und gestern am vierten vierten erschienen dann das hat man nichts mit dsa zu tun aber das lego dungeons und dragons die sage vom roten drachen set ist erschienen am vierten vierten kostet 359 99 in der uvp gibt es also vielleicht demnächst oder gibt es teilweise schon in shops dann auch etwas günstiger vielleicht habt ihr interesse daran es gibt ein old bear es gibt einen lebenden baum es gibt ein dragonborn das ist hier die heldengruppe sechs leute sind insgesamt genau ein beholder gibt es diesen würfel glipper würfel galat würfel da ich weiß nicht ich kenne die speziellen begriffe nicht und großen roten drachen gibt es natürlich auch wenn ihr da einen link sucht schaut auch gerne mal hinter dem schwarzen auge klemmbau vorbei klemmbau mit auge so heißt es inzwischen dann kommen wir zu den ulysses news ja und gar nicht groß verkündet aber wer in letzter zeit die impressen oder impressums heißt es glaube ich im prinz wie auch immer der bücher sich angeschaut hat oder der vor pdfs der hat gesehen anton weste ist dort als fester mitarbeiter eingetragen sprich anton weste ist zurück bei ulysses und dsa die funktion die er genau hat ist nicht bekannt aber er ist wie gesagt festangestellt bei anton weste ist ziemlich sicher dass er für dsa bei ulysses festangestellt ist dürfte vielleicht jetzt als ersten märz der fall sein das ist auf jeden fall schon eine weile steht er im impressum drin und ja ihr kennt vielleicht unter anderem solche werke von ihm nämlich garheit kaiserstadt des mittelreichs und wenn das kein qualitätsprodukt war dann weiß ich auch nicht weiter also wir dürfen uns da sicher demnächst auf mehr anton weste freuen ich bin mal gespannt wann also das erste mal dann auch wirklich in erscheinung tritt vielleicht mit einem der videos oder was weiß ich kommen wir zur collectors club convention da wird ja das 40 jährige dsa jubiläum gefeiert dieses mal am 25 5 kostenfrei können die top 300 des collectors club mit bis zu zwei personen jeweils teilnehmen und da ist jetzt bekannt geworden dass etwa einen monat vorher man dann seine karten bestellen können wird das heißt alle collectors club mitglieder die in den top 300 sind werden dann angeschrieben und können dann sagen ob sie eine oder zwei karten nehmen und dann bin ich mal sehr gespannt ich habe auf jeden fall vor dabei zu sein und bin mal sehr gespannt was so an pukeram dabei sein wird und ob es auch wieder ein dsa direct geben wird wie das letztes jahr der fall war und aventurier vielleicht auch dann kommen wir zur manga comic con der neben con der leipziger buchmesse denn dort wurde unter anderem die schwarze katze gespielt das let's play video von knapp einer stunde könnt ihr auch auf youtube schauen außerdem waren saltatio mortis bernard hennen und co da um finster facht vorzustellen dazu kommen wir gleich noch die charaktere hier aus dem dsk let's play soll es übrigens dann demnächst auch im collectors club geben das heißt die sollen angeboten werden als set wo wir gerade bei con sind zur feencon wurde noch gesagt da ist die anmeldung als aussteller wohl noch nicht gestartet ulysses will aber unbedingt dabei sein das heißt sobald die gestartet ist werden wir da erfahren ob ulysses mit dabei ist und einen der ausstellerplätze bekommen konnte kommen wir zu 40 jahre dsa und zum historienvergleich dort spricht ja nico hoch dann mit andre vom geschichtsfenster das letzte thema in der dritten folge war weiden und das hochmittelalter ich fand es ganz interessant und das ganze war am 21 dritten ist inzwischen auch auf youtube und inzwischen läuft die abstimmung zur folge vier da könnt ihr abstimmen ob ihr lieber piraten setting haben wollt glaubt horas reich noch mit dabei und bornland ist glaube ich das dritte genau also wer da noch mit abstimmen will der kann gerne mal im ulysses blog vorbeigucken links findet ihr wie immer auf hinter dsa.de kommen wir zum nächsten themenblock nämlich den crowdfundings ja und ich hatte schon angekündigt die ära des goldenen kaisers geht in die letzten züge vor der auslieferung sprich die vpdfs sind endlich da das ganze soll ja im mai erscheinen da wir jetzt die vpdfs haben und da auch die feedbackphase gerade ausgelaufen ist halte ich das auch durchaus für gut möglich dass wir da im mitte nächsten monats unsere pakete bekommen und das ganze dann auch ende mai dann im f-shop landet äh era des goldenen kaisers ist der regelfreie quellenband der epochen band muss man dazu sagen kostet 39 95 oder ja wird dann wahrscheinlich 23 99 als pdf kosten und ich sag mal nicht lang schnacken wir gucken mal rein und wir werfen ein erstblick ins inhalt verteidigt nachdem wir hier nochmal geschaut haben hier steht er anton weste jawohl genau das inhaltsverzeichnis wir haben die ära des goldenen kaisers im überblick über die epoche was ist da eigentlich passiert in der ära des goldenen kaisers die von 993 nach bosparans fall bis 10 bis 1010 nach bosparans fall geht das heißt thron besteigung bis verschwinden von hall wir haben aventurien in der ära des goldenen kaisers auf knapp 30 seiten land und leute werden auf 25 seiten beschrieben wir haben rang und namen das ist hier relativ umfangreich weil es natürlich viele bekannte personen gibt die ausführlich beschrieben werden wollen mit knapp 20 seiten noch mal zehn seiten kultur und wissenschaft zur ära des goldenen kaisers und dann ereignisse und historie mit knapp acht seiten auch umfangreich handel und wandel noch mit fünf seiten götter und dämonen mit sechs zauberei und hexenwerk dann ja noch mal mit knapp zehn seiten und natürlich noch karten tabellen und hinten ein index ich werde jetzt nicht das ganze buch durchblättern aber wir gucken zumindest mal grob rein was das buch so zu bieten hat ja genau das waren die goldenen zeiten 993 bis 1010 was war ans fall ich hatte eben schon gesagt hier einige bekannte gesichter dann die ganzen städte die verschiedenen regionen außerhalb wenn hier so eine pinke seite kommt heißt das da kommt noch ein stadtplan hin die sind hier in dem vpdf noch nicht alle drin dann natürlich brenn von garrett immer die bin ein answenn von rabenmund und ja die designer von pericum udalbert ludal von wertlingen alara paligan elmar hafax dexter nemroth all die bekannten gesichter naheme und galotta reidri conchuber zedig von volterach sybe alnab und so weiter und so fort genau dann eine kurze beschreibung wie sah es denn zur ehre des goldenen kaisers aus und dann sind wir auch schon durch auch hier noch mal hinten der klappentext das ist die ehre des goldenen kaisers mit dazu gab es natürlich die mysterien des goldenen kaisers das buch wird 29,95 kosten damit dann wohl 17,99 als pdf und auch hier werfen wir natürlich direkt einen blick in das buch hier haben wir im inhaltsverzeichnis mysterium und arkana mit 20 seiten ein 15 seiten abschnitt über abenteuer in der epoche und dann das abenteuer mit knapp 50 seiten das der preis der freiheit heißt hier gilt natürlich dick spoiler gefahr klar es ist ein abenteuer mit drin deswegen mag ich das hier mal und es ist natürlich die ganze mysterium etacana drin also auch da spoiler gefahr bei die meisten hier wahrscheinlich ein großteil dieser mysterium etacana kennen einfach weil sie damals das ganze erlebt haben ja auch hier ich glaube ein paar bilder sind noch nicht final hier husche ich mal ganz schnell durch und hier habt ihr auch nochmal den klatten text kommen wir zum kompendium das wird 44,95 kosten ist der dickste band als pdf dann 26,99 und auch hier werfen wir natürlich einen blick ins buch erstmals inhaltsverzeichnis gucken dass wir dort die baronie und burg balderweit haben mit 13 seiten die akademie schwert und stadt zu beilung wird auf 12 seiten beschrieben die die bahnakademie zu isilia die es damals noch gab auf 11 seiten die akademie zu mendena auf 10 seiten die burg rabenmund stammburg des adelshauses auf 7 seiten galottas insel auf 6 seiten ein bobberadianer kloster auf 5 seiten die neue residenz wird auf 10 seiten beschrieben und dann gibt es noch ein paar kleine kurzabenteuer szenarien und geschichten kaiserjagd auf schuppenspuren das eiserne siegel blutende lilie der erste hoftag die träne der erkaidos nahema spiegel jülaier feuer ewige wachsamkeit rabenmunder renke und königreich der letzten tage bei königreich der letzten tage ist noch da fehlt noch eine leerstelle auch hier husche ich mal ein bisschen durch auch hier fehlen wie man gesehen hat noch ein paar karten da wird es ziemlich pink die akademie akademien sind beschrieben die kriegen auch alle einen plan natürlich die jetzt aber dann total noch nicht drin sind galottas insel ist mit drin das bild der neuen residenz kennen wir ja schon jetzt nicht mehr mit bergen sondern mit feldern im hintergrund paar kurze abenteuer wie gesagt und ein solo abenteuer ist mit dabei und noch ein solo und noch geschichten und für alle die es interessiert auch hinten nochmal der klappentext wir haben die verschwörung von garrett das ist ja keine neuauflage des dsa 1 klassikers sondern oder dsa 2 nee dsa 1 müsste noch sein sondern eine komplett neue variante dort hat dominik ladeck sich nämlich das ursprüngliche abenteuer genommen die essenz daraus genommen und dann ein komplett neues abenteuer geschrieben deutlich umfangreicher es hat 130 seiten etwa also wirklich umfangreich 999 wird es kosten oder sollte es zumindest im crowdfunding kosten ob es teurer wird weiß ich gar nicht 2399 als pdf und auch hier gucken wir natürlich ins pdf hinein auch hier fehlt noch ein bild auch hier gilt dick spoiler gefahr deswegen habe ich den tag hier mitten reingesetzt es hat insgesamt drei kapitel zum turnier geladen dem komplott auf der spur und verschwörung am hofer sowie einen umfangreichen anhang ja auch hier flitze ich mal ein bisschen durch gibt schicke bilder mit drin auch nicht nur lebende varianten nicht nur lebende personen kommen drin vor dramatis personel ist mit drin klar mit den üblichen verdächtigen hinten noch ein plan vom alten schloss und dann der klappentext wir haben dazu auch noch ein meister set die verschwörung von garrett kostet 19.95 oder 11.99 als pdf und hier ist wirklich am einfachsten wir gucken einfach rein was das bedeutet was ist so ein meister set wir haben nämlich erstmal ein leger für den universalspielleiterschirm mit regeln und so weiter und dann haben wir so hänger die man über den spielleiterschirm hängen kann auf der einen seite mit bild der person oder passenden gegenständen und auf der anderen seite die dann der meister oder die meisterin sieht natürlich mit der beschreibung der person ja ich glaube hier kann man jetzt nicht so viel spoilern und dann das ganze auch nochmal mit klappentext die gute carolina möbes hat sich natürlich wieder hingesetzt und das heldenbrevier der ära des goldenen kaisers geschrieben 1995 kostet das buch 1199 das pdf in das wir auch hier direkt mal reinschauen das ist ja eine story rund um luthisana von pericum und hat wie gehabt so um die 160 seiten die kapitel heißen erinnerungen ermittlungen erfahrungen erwartungen erbauung erbangelegenheiten ja der schelm hat es auch schon angemerkt hier fehlen scheinbar noch irgendwelche fonts das heißt die überschriften sehen noch etwas merkwürdig aus das wird dann hoffentlich ja im finalen produkt dann besser sein ich flitze hier mal ganz schnell durch weil das ist halt ein roman hier gibt es nicht viel zu gucken tokala bilder sind ja nicht mehr drin das war die bedingung warum es die bücher überhaupt noch gibt dass sie jetzt unbebildert sind mal abgesehen von ein paar verzierung am rand ja außerdem wäre das natürlich zu viel spoilern wenn ich jetzt hier jede seite einzeln zeige wir haben außerdem noch das spielplan set ehre des goldenen kaisers kostet 17,95 als uvp preis oder 10,99 als pdf auch das gucken wir uns jetzt mal detaillierter im pdf an kann kleiner spoiler sein deswegen auch setze ich hier die spoiler gefahr man sieht hier wieder eine aufstellung der blips also welche blips werden enthalten sein wie spielt man mit markern klar und dann kommen die bilder das ist einmal das große bankett die tafel in der neuen residenz dann eine ein dschungellager das wird dann wahrscheinlich das maraskan abenteuer sein lanzengang das turniergelände der thronsaal finde ich auch sehr cool das sieht wirklich aus wie auf dem cover mit dem thron und dem bunten licht dahinter und dann gibt es noch die ogermauer die ist auch mit dabei also ein teil zumindest davon ja und alles wieder in farbe das heißt ulysses hat sich jetzt dagegen entschieden weiterhin aus meiner sicht zumindest weiterhin diese beigen pläne zu machen dann haben wir noch die mp3s zu sphärenklang bekommen also die vorab mp3s ralf kurzsiefer hat wieder über 20 tracks geliefert 19,95 kostet die cd unter 11,99 die mp3s so war es zumindest bisher da ich hier keine rechtlichen probleme bekommen will hören wir jetzt allerdings nicht in die stücke rein könnt ihr mal beim kai reinhören der ist da risikofreudiger als ich ja das crowdfunding mosaik der märchen ist beendet das lief vom 28.02 bis 20.03 hat mit 93.997 euro und 1157 unterstützern glaube ich jeder erwartung gesprengt ulysses war so grob von 50.000 ausgegangen es ist fast doppelt so viel geworden zumindest mal anderthalbfach so viel und deswegen hat julissa auch entschieden noch ein ziel bei 75.000 reinzubringen was dann auch erreicht wurde und es wird ein hörbuch dazu geben unabhängig vom crowdfunding allerdings ja und es gab da wöchentliche crowdfunding updates und im letzten wurden einige interessante sachen gezeigt nämlich die geschichten die 30 geschichten über die alvaran jahre der einzelnen götter die werden mit diesen vier bildern oder illustrationen versehen die dann ja einen kleinen eindruck geben ob das ganze ja spezielle themen beinhaltet wie zum beispiel tod und trauer dann das boron symbol krieg und kampf das rondra symbol das sind symbol bei beängstigenden inhalten wie spinnen schlangen grusel und das zahl symbol bei recht einfachen kindgerechten geschichten außerdem sind die alvaran jahre der götter mit dabei und wir fangen jetzt mal an mit prajos da werden branibor und darador mit drin sein das sind hier noch keine fertigen bilder aus dem buch sondern illustrationen die schon gab wir haben mit dabei außerdem skelissa und uriska irgendwie so heißen die diese katzenartigen wesen für prajos wir haben für rondra hier zu sehen famalor mytrail und kor wir haben mit dabei für effat ragnarangild rangnir und swaffnir es sind jeweils zwei geschichten teilweise gibt es noch bonus geschichten vier bonus geschichten insgesamt wir haben für boron golgari bestariel uta und reton in diesen zwei stories wir haben außerdem für hessinde mokoscha mit dabei wir haben für firun die silberschwäne und die wilde jagd mit dabei wir haben für zah morgenröte zahs lachen adlerkönig und friedenslärche mit dabei wir haben für fex den fuchs dabei das ist ein neuer alvarania den es bisher noch nicht gab also fuchs aber mit ph und ux wir haben außerdem für pereine den waldschrat mit dabei und für ingerim haben wir malma mit dabei den hammer dann haben wir noch raya mit dabei raya wird vertreten von sulve tavun und abendröte die ersten beiden sind wohl hier dieser stuten ich kenne mich da auch null aus muss ich zugeben und wir haben noch für simia madaya ja also auch simia wird vertreten sein mit madaya das und noch ein paar andere werden da vertreten sein die autoren sind die unterschiedlichsten können hier gerade nochmal einen blick drauf werfen autoren sind anna taube eine bekannte kinderbuchautorin die eigentlich mit dsa gar nichts zu tun hat anton weste wird mitschreiben hier taucht das schon auf katja jacobi ist mit dabei katja rheinwald ist mit dabei die natürlich alles rund um rondra schreibt marie mönkemeyer ist mit dabei melanie fuchsberg dabei simon flöter steff und franziska tannert sind mit dabei stefan unterhuber wird ebenfalls mit dabei sein johannes kaup wird auch mindestens eine geschichte schreiben der für den band haupt verantwortlich ist ja und ich bin mal sehr gespannt was da so rauskommt wer da noch mit machen will obwohl das crowdfunding vorbei ist es hat jetzt der late pledge gestartet der läuft vom 2. bis 28. vierten und es gibt zwei pakete nehme ich einmal den late pledge mosaik der märchen plus pdf das ist einfach das buch plus pdf für 50 euro quasi wie im crowdfunding das pdf alleine wird wahrscheinlich nachher 29 99 kosten das heißt dieser 30 euro rabatt hat man dann im band schon und den späten silberschwan gibt es das ist dann das buch mit pdf es ist das notizbuch und die drei artworks im crowdfunding hatte das ganze paket 85 euro gekostet hier kostet das 95 euro das ganze wie gesagt noch bis zum 28.2. etwa im f-shop außerdem sieht man im f-shop dass das ganze vielleicht sogar schon im august erscheinen könnte eigentlich war september der termin aber die late pledge pakete sind für august terminiert muss nichts heißen aber kann das crowdfunding pack das wird es dann wahrscheinlich auch nach release dann noch im f-shop geben das gab es ja sonst nur im crowdfunding selber und das hörbuch wird auch irgendwann danach kommen ist ja dann erstmal losgelöst von allem anderen das exen für crowdfunding wird ja erst im mai starten das überspringen wir jetzt aktuell noch und wir kommen zum dsk crowdfunding ewige suche das ist das crowdfunding was sich rund um xorlosch und ja das leben unterhalb der erde drehen wird das sollte ursprünglich mal von märz bis april laufen hat aber jetzt mit fabula ultima den platz getauscht und wird jetzt vom 17.4. bis 8.5. laufen ja mit dabei unter anderem der regionalbahn für xorlosch jenseits der stollen also ein jenseitsband ein bestialium xorlosch und sicher noch ein paar andere inhalte da können wir mal gespannt sein zum dsk refurbished kann man übrigens noch sagen die neuen inhalte die es dort gab die sollen als pdf auch noch zur verfügung gestellt werden ja wenn du das projekt hier unterstützen willst dann schau doch mal auf patreon auf twitch oder auf kofi vorbei da kannst du uns unterstützen hinter minus dsa.de schrägstrich support da findest du alle links auch zu anderen möglichkeiten unterstützung diese woche möchte ich speziell noch mal auf patreon eingehen da kannst du uns natürlich auch kostenlos folgen du kannst aber dann auch unterstützend tätig werden für 1,11 Euro schon also eine ganz kleine hürde und für 2,22 Euro wirst du dann schon den credits genannt du kannst aber auch für 5,55 Euro 9,99 Euro 12,12 Euro oder 15,15 Euro wenn es dir denn wert ist das projekt unterstützen wenn du das machst natürlich vielen dank es ist keine pflicht aber wir freuen uns natürlich über jeden der uns da hilft kommen wir zum nächsten thema nämlich dem collectors club und zwar zu einem echten dauerbrenner nämlich kodex des götterwirkens der wird jetzt nochmal verschoben worden am 30.05 erscheinen kosten 59,95 als buch dann 35,95 als pdf und ja da wurden auf facebook jetzt ein paar eindrücke gepostet der ganze band ist um die 100 seiten gewachsen es sind viele sachen dazugekommen und ist tatsächlich auf wunsch der fans noch mal eine zweite feedback phase einberaumt worden die sind inzwischen allerdings auch schon wieder vorbei und wir werfen jetzt mal einen blick in das pdf hinein das jetzt inzwischen 438 seiten hat das inhaltsverzeichnis kapitel 1 sind die grundregeln auf 11 seiten dann haben wir traditionen auf 187 seiten wir haben die erweiterten liturgieregeln auf 43 seiten wir haben kamale sonderfertigkeiten auf 33 seiten wir haben glaube in verschiedenen kulturen auf acht seiten wir haben gebete und gesänge auf 50 seiten aventurische orden haben wir mit drin auf 58 seiten dann haben wir noch mal 35 seiten anhang und einen umfangreichen index natürlich auch noch ja hier werde ich jetzt mal relativ schnell durch scrollen einfach ein paar eindrücke zu sammeln also wir haben hier die tradition immer mit bild mit den heiligen artefakten traditions artefakten so heißt es und das ganze auch für die die halbgötter mabu ist mit dabei zum beispiel nominoru und so weiter und so fort trolsakar shaman sind mit dabei die sumokulte und 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 also das ist gerade in dem bereich noch mal deutlich erweitert worden die ganzen vorbesteller hatten auch die möglichkeit jetzt noch mal wie gesagt feedback zu geben so dass das ganze hier die ganzen gebete dann auch noch mal ein ziemlich runder band werden sollte ich hatte keine zeit mir die 400 noch was seiten anzugucken von daher hoffe ich da auch einfach aufs beste ja der index sagt dann auch schon wie umfangreich das ganze ding geworden ist kommen wir zu weiteren verschobenen dingen und zwar den bierkrügen bzw bierhumpen da gab es ja den 0,3 oder 33 liter das sind etwas abweichende angaben variante die mal 19,95 gekostet hat die werden jetzt am 25 vierten erscheinen weil sie so große nachfrage wohl hatten dass es jetzt einfach länger dauert die zu produzieren inzwischen sind die auch ausverkauft sind also nicht mehr bestellbar da hat dieses quasi den deckel drauf gemacht um im bild zu bleiben und ja der 0,33 liter der kostete 19,95 das ganze gab es auch noch mal in einem halben liter von 29,95 oder in der einen liter variante für 44,95 und ja die werden jetzt am 25 vierten dann an die vorbestelle ausgeliefert wir haben außerdem die 42. welle des collectors club die februar welle die vom 9.2 bis 10.3 lief die inzwischen ja beendet ist auch jetzt schon etwas länger da gucken wir gerade mal auf die produkte wo sich was geändert hat und wo die vor pdf kamen 40 jahre dsa aventurien das landkarten set hat sich noch mal verschoben und gleich um zwei monate wird also nicht im märz erscheinen auf das ursprünglich mal terminiert wurde vielleicht war das aber auch einfach ein fehler das war sehr knapp gewesen auch wenn es kein feedback produkt ist meines wissens für 39,95 könnt ihr diese sechs aventurien karten aus den verschiedenen editionen bestellen und wenn das ganze als pdf kommt wo ich mir nicht ganz sicher bin dann wird es 23,99 kosten dann gibt es zwei vor pdfs nämlich dsk ahnenfall 1 stadt ohne sonne der auftakt der fünfteiligen kampagne in yolgomack der band kostet 24,95 als buch oder 14,99 als pdf hier gilt natürlich spoiler gefahr wird am 30.05 erscheinen und was der band zu bieten hat das gucken wir uns jetzt im pdf dann auch mal an ist ein 64 seiten oder 68 seiten band hat insgesamt die stadt ohne sonne das ist eine beschreibung von yolgomack kreaturen beschreibungen sieben seiten regelerweiterung noch mal auf sieben seiten und geheimnisse von yolgomack auf zwei seiten und die zweite hälfte des bandes ist dann das abenteuer von seit 28 bis 64 also hier kommt diese bekannte zweiteilung aus den dsk bänden auch wieder vor ja hier sieht man schon da fliegen ein paar guttongis oder nee wie heißt der große bruder ich bin mir gar nicht sicher ja auch hier scrolle ich mal schnell durch blutvögel und lebende steinstatuen gibt es natürlich und dann das eigentliche abenteuer da geht es ziemlich fantastisch zu und auch einen scheinheiligen diener wird es geben der sieht ja sehr nett aus den kennen wir glaube ich schon aus dem also einem der dämonenbände hier nochmal der klappentext für alle die interessiert sind dann gab es auch ein neues pfotenwerk nämlich die nummer 13 die schatzkammer des vatlan alfenk pfotenwerke alle pdf kostet 2,99 hat auch nur insgesamt sechs seiten weswegen ich jetzt glaube ich gar nicht alle zeige und wir schauen mal kurz rein es hat gar kein inhaltsverzeichnis sondern nur eine kurze hortbeschreibung und die letzte seite zeige ich nicht weil dann sind wir auch schon durch ja das ist ein knappes vorpdf wir kommen zur 43. welle des collectors club die ist am 8.3 gestartet und inzwischen auch verlängert worden die hätte nämlich jetzt eigentlich am wochenende am sonntag aufgehört und die vorpdf sollten am montag kommen und da gab es jetzt eine mail dass das ganze noch mal eine woche verlängert wurde ich habe es zumindest so verstanden dass auch die welle selber verlängert wird und nicht nur die pdf dann erst am 15. kommen was definitiv der fall sein wird ja lassen wir uns mal überraschen also falls ihr jetzt noch irgendwas davon bestellen wollt habt ihr meines verständnis nach dieser eine woche mehr zeit wobei es im moment probleme mit dem punktegutschrift gibt aber da ist Ulysses dran das zu beheben ja mit dabei war ja ein buch was für viel aufsehen oder viel aufsehen erregt hat die bibliographie des schwarzen auges der erste band von 1984 bis 1993 erscheint am 30.06 zum preis von 49,95 oder 29,99 als pdf und da gab es viele unklarheiten was ist das ist das einfach nur ein produktkatalog warum hat Ulysses da so viel tamtam drum gemacht und eigentlich sollte es ja einen stream dazu geben dann kam aber nur ein kurzes video was auch nicht alle fragen beantwortet hat da ist das ganze von der kommunikation her sehr ungünstig verlaufen Ulysses hat dann aber immerhin ein zwei tage später noch einen blogbeitrag nachgeliefert den wir uns jetzt einmal kurz angucken der klärt nämlich einiges auf und zwar wird das ganze keine reine produktübersicht ja es wird alle produkte in dem zeitraum beinhalten aber es wird anekdoten beinhalten die vier bände die es insgesamt werden werden nicht nur die bücher auch computerspiele soundtracks kartenspiele breitspiele miniaturen t-shirts kalender poster und 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 beinhalten und vor allem dazu anekdoten das sind allgemeine anekdoten wie kam das schwarze auge zu seinem namen aber auch zu den einzelnen produkten da bin ich mal sehr gespannt wie tiefgehend das wird ob wirklich jedes produkt dann eigene anekdoten bekommt wenn dann am 15.04 das pdf kommt dann habe ich auch vor mindestens mal eine nachrichtensendung zeitnah zu machen vielleicht mache ich sogar ein stream wo wir zusammen reingucken schreibt gerne mal in die kommentare aber bock darauf habt wenn ja dann lässt sich das sicher zeitnah umsetzen genau und das ganze wird dann vieles von den genannten sachen beinhalten ich bin da sehr gespannt ich verspreche mir eigentlich einiges davon denn magische zeiten und so war da schon interessant aber das fand ich da noch zu wenig ausführlich das war wirklich nur eine produkt auflistung plus kurzgeschichten sind hier komplett raus von daher habe ich da hohe erwartungen daran und hoffe mir da viel lesespaß von es wurde auch noch mal betont und hier aus den genannten namen geht das auch noch mal gut hervor die leute die an dem band gearbeitet haben sind nicht in erster linie die redax sind auch wenige ich sag mal normale dsa autoren die da beteiligt sind viele von den namen werdet ihr wahrscheinlich auch gar nicht kennen oder zumindest aus anderen bereichen felix peach zum beispiel der hatte sich jetzt noch mal am ende mit darum gekümmert der eigentlich die events bei ulysses macht er schreibt auch inzwischen dsa abenteuer annie dü und david lucassen sind noch die bekanntesten namen aber dann auch mit dabei sind unter anderem alexander grimme von dem dsa museum jan alfter robert bude von dem dsa sammler archiv torsten most von und die hovolo ist mit dabei und auch dann diverse andere leute die einzelne feature texte und anekdoten mit bei steuern werner fuchs zum beispiel bernard crohn a la acker robert corvus florian donschauern peter horstmann johannes kaup christian nehling jasmin neitzel bernd ochs marcus plötz alex spohr marie stritter anton weste josh k zaradnik und viele mehr die euch dann auch noch was sagen sollten das sind aber einzelne texte die beigesteuert wurden das hatte marcus auch im vlog noch mal betont für diesen band ist kein kernband gestorben das heißt kein abenteuer keine kampagne wurde abgesagt um diesen band hier zu schreiben das ist wirklich ein projekt was nebenbei lief von daher muss keiner böse sein dass diesen band gibt wenn es nicht interessiert er kauft es nicht aber ich selber und ich glaube auch einige andere die ich kenne die haben sehr viel bock auf diesen band die weiteren bände werden dann bekannterweise etwa im drei monatsrhythmus dann später erscheinen also 30 sechster der erste dann ende september ende dezember und ende märz 2025 dann die folgebände und dann sind wir ja die 40 jahre durch eine ergänzung gibt es noch zum fotenwerk nummer 14 don gato schatzhort der ebenfalls in der letzten welle oder in der aktenwelle mit bestellbar ist und am 30.5 erscheinen soll das vpdf muss dann ja auch nächste woche kommen also übernächsten montag da ist nämlich der preis gesenkt worden von 4,99 auf 2,99 ich weiß nicht was das für die bedeutet die es wie ich schon vorgestellt hatten wo man die dann gut geschrieben bekommt oder so müsste ich mich mal schlau machen das zum collectors club wir kommen zur produktvorschau und zwar wurde im vlog durch marcus gesagt dass der nächste reloaded regionalspiel band das dornreich aranien das erbe des mogulats sein wird wir haben ja im vlog vorher schon gehört dass havena der nächste band ist der überarbeitet wird aber das ist ja keine regionalspielhilfe sondern eine stadtspielhilfe ich gehe also auch davon aus dass der weiterhin als nächster kommt und danach wird dann als regionalspielhilfe das dornreich aranien das erbe des mogulats kommen ja der band wird dann wahrscheinlich auch 9,95 kosten 23,99 als pdf und es wird dazu dann ja ein mysterien band und ein hellen band geben also eben die neue struktur dann gab es mit dem start der letzten collectors club welle die info das geschöpfe der anderswelt der nämlich erst in der liste auftauchte der band nicht im märz sondern im april in der welle sein wird das heißt am nächsten freitag werdet ihr die geschöpfe der anderswelt dann auch vorbestellen können hier noch das vorab cover mit dem es im desart direct in der roadmap angekündigt wurde der band müsste dann am 25.07 erscheinen wenn er im april in den collectors club kommt wird dann wahrscheinlich 160 seiten haben also 44,95 kosten als buch oder 26,99 als pdf und beschäftigt sich eben mit feenwelten und allem was dazugehört da gab es ja auch immer mal fragen zu den winzlingen die sind dann auch da mit drin der aventurische boote nummer 224 und das heldenwerk 53 sind erschienen und ich habe ihn heute auch in der physischen variante bekommen verschollen in rastabor ist das abenteuer und das ist insgesamt der april boote man merkt es auch schon so ein bisschen die einzelnen artikel sind sehr scherzhaft gehalten und verschollen in rastabor da reist man in einem welten wagen oder stern wagen so heißt er nach rastabor in myranor und es kommen roboter vor wer borborats fluch auch für aventurier gespielt hat der hat so ein paar vibes glaube ich die in die richtung gehen genau das ganze ist schon als pdf bei den abonnenten wie gesagt seit heute fünfter vierter auch als in physischer variante und müsste dann ende april zum preis von 5,95 im f-shop sein oder 3,49 wer nur das heldenwerk haben möchte in pdf form den booten gibt es ja kostenlos als pdf allerdings dann auch erst ende april dann wurde im discord verkündet was einem q2 als vtt kommen soll und das sind unter anderem die flusslande die regional spielhilfe die krallen der löwe in rahmenkrieg vier soll kommen arkane schmieden und labore soll kommen brut der niederhöhlen soll kommen die aventurische bibliothek ganz neu das war bisher noch nicht bekannt und auch das archiv der ausrüstung war bisher noch nicht bekannt all das soll also im q2 also bis zum 30 6 für vtt erscheinen wir haben ja noch offen nacht schwarze see das heldenwerk abenteuer und auch fasa brüchiger frieden für dsk die eigentlich in q1 noch kommen sollten die noch offen sind also hier geht es munterweise weiter die das vtt team und alle die damit helfen die sind schön fleißig es gibt einen blog beitrag zum resin wo es zum einen noch mal darum geht was erscheint als nächstes aber hier weist michael auch noch mal darauf hin dass man da gab es auch ein instagram post dass man sich weil es ja in letzter zeit so kritik gab es gibt das neue resin das ist deutlich unempfindlicher man kann es wirklich fast durch den raum schmeißen und das kaputt geht aber das ist nicht so fein also die einschnitte die konturen das ist alles etwas gröber durch den guss weil einfach ich sag es jetzt mal so in unfachmännischer weise weil das ganze weicher ist hat es auch nicht so ganz feste cuts das war jetzt wahrscheinlich komplett unfachmännisch genau und außerdem hat es auch mehr reste vom spritzguss weil der nicht so leicht abbricht das heißt den muss man wirklich mit einem skalpel oder mit einer feile dann wirklich gezielt abmachen da haben sie jetzt aber verschiedene varianten getestet um das ganze besser zu machen dass also deutlich weniger von den gussresten dann übrig bleibt und das wollen sie jetzt auch monatlich oder zumindest regelmäßig machen dass sie immer wieder gucken wie ist die qualität was können wir noch verbessern finde ich echt gut dass sie das so machen bei phantasos studios gab es übrigens noch ein vergleichsvideo altes resin zu neuem resin wie stabil ist das eine wie stabil ist das andere wie ist die optik wie hat die sich verändert also wer da mal gucken möchte wie sich das geändert hat der guckt mal bei den phantasos studios auf youtube rein kommen wir zu aventuria mein steckenpferd ja das neue crowdfunding das ist jetzt immer sicherer es wird im juni starten und jetzt im april soll es losgehen oder sollte eigentlich schon losgehen auch mit ersten informationen was uns da erwartet oder euch erwartet auch stream soll es dazu geben videos ich bin mal gespannt was die jungs da vorbereitet haben ich werde da auch noch mal anbieten dass wir von hinter dem schwarzen auge gerne da noch kooperativ was machen ich bin ja da auch durchaus involviert und genau deswegen bin ich da mal sehr gespannt auch wie dann ihr auf die neuen sachen reagiert was schon bekannt ist ist ja dass die sieben magischen kelt hier als ein neues abenteuer dabei sind der konzils magier als draconia als neuer held außerdem der schelm und außerdem noch die chor geweihte und dann natürlich jeweils in männlicher und weiblicher variante ja außerdem ist jetzt im vlog noch gesagt worden dass aventuria über kickstarter oder über game found kommt das heißt es wird nicht mehr game on tabletop kommen einfach weil es zum einen ein internationales crowdfunding sein wird was dann auch noch in englischer sprache kommt und zum anderen will man natürlich so viele wie mögliche brettspieler und kartenspieler erreichen und das erreicht man natürlich nicht unbedingt bei game on tabletop was von denen wahrscheinlich kaum einer kennt sondern kickstarter oder auch so eine dezidierte plattform dafür wäre dann eben game found das wird aber dann noch bekannt gegeben ja das waren die neuen erfreulichen informationen und ich hoffe dass es dann da jetzt bald los gibt ich werde da auch die nächsten tage nochmal an den christian lonsing etwas feedback geben zu den sachen die ich hier vorliegen habe aber das ist natürlich noch geheim dann ist im vlog die dsk stoffkarte von havene eine refurbished variante jetzt mit dem hundeland gezeigt worden was mich ein bisschen gewundert hat weil die ist noch gar nicht im f-shop die ist wahrscheinlich dann ab april im f-shop denn es ist ja inzwischen so wenn das crowdfunding ausgeliefert wurde ist erst im folgemonat sind diese exklusiven restposten dann noch im f-shop das wird dann auch mit der stoffkarte wahrscheinlich so sein die ist wahrscheinlich da zufällig rein gerutscht weil eben die anderen produkte ja mitten der in dem monat erschienen sind die wird 19,95 kosten dann natürlich f-shop exklusiv und auch nur noch die restposten da gibt es ja nie eine zweite auflage was weg ist es weg kommen wir zu elf org und partnerprodukten ja im vlog gab es auch eine information zur elf die extended license for friends soll ein oster geschenk werden sollte ein oster geschenk werden hatte sich noch mal verzögert was unter anderem damit zusammenhängt dass der anwalt andere sachen zu tun hatte und nicht aus den pushen kamen und zum anderen soll es eine plattform dazu geben also ich vermute mal dass da immer aktuell einzusehen ist welche sachen gerade verfügbar sind welche publikationen man hinter der elf verwenden kann ich bin aber selber mal gespannt was das dann wird und da waren sie wohl noch an der programmierung immer an der externe programmierung aber die war eben noch im lauf und marcus hatte dann im vlog dann aber versprochen dass das ganze ein oster geschenk werden wird bis jetzt ist es noch nicht da wir haben natürlich auch noch oster ferien das hat er vielleicht dann etwas weiter gefasst aber hatte glaube ich gesagt bis ostern soll sie da sein hat sich schon entschuldigt wenn es dann doch später wird aber ja er versteht auch dass die leute darauf warten und es kommt dann haben wir noch ein update zu dragon bain das ist ja das erste crowdfunding was auf der elf beziehungsweise einer speziellen variante der elf dann basiert da gab es noch mal ein update von evie und thomas speziell zur grünen ebene da ist wohl die konzeptarbeit jetzt abgeschlossen das heißt es ist klar was reinkommt noch nicht unbedingt 100 prozent klar wie umfangreich der band dann sein wird am ende aber zumindest die inhalte sind klar und da können wir uns dann demnächst sicher auch auf noch mehr informationen und vielleicht dann auch erste einblicke freuen kommen wir zu einem weiteren coolen projekt nämlich finsterwacht von saltatio mortis da haben wir zum einen inzwischen noch wenn ihr auf saltatio mortis bei youtube schaut ein 30 minuten oder 31 minuten making of das fand ich sehr sehenswert neben dem video was ja schon elf minuten lang ist ist auch sehr lustig also guckt auf jeden fall mal rein es gibt inzwischen auch viele reactions auch von internationalen youtuber die habe ich mir auch inzwischen alle angeguckt es ist durchaus mal lustig zu sehen wie die leute darauf reagieren und dann kann man sich nachher aufklären dass das mit das schwarze auge zu tun hat und was das eigentlich ist ja samu ich hatte eben schon gesagt waren auch auf der leipziger buchmesse da gibt es dieses viereinhalb minuten video mit ein paar eindrücken von falk und co leider sehr kurz geworden und auch ja nichts von dem panel selber ich hoffe dass da irgendwie irgendwo noch mal was auftaucht schauen wir mal und dann heute frisch erschienen der zweite die zweite single auskoppelung auskoppelung so heißt das nämlich schwarzer strand featuring faun schaut doch mal rein das video ist dann natürlich kürzer als das erste das war das einzige epische glaube ich zumindest in der länge drei minuten 56 sind es dann am ende nur ja ist kann man sich auch anhören ich finde jetzt finsterwacht eindeutig besser aber ja schlecht ist es auch nicht und es hat leider auch zumindest soweit ich raus gehört habe keinen dsa bezug vom text her das fand ich ein bisschen schade aber trotzdem ein ganz netter song geht er um den tod das schon mal als vorwarnung und genau schaut da gerne mal rein oder hört gerne mal rein besser gesagt dann haben wir noch neues von gutikon die haben nämlich auf facebook mal ein bisschen reveal die magier siegel sollen ja kommen sollen 22 euro das stück kosten und auf der roleplay wars 2024 am 8 6 erscheinen und hier gibt es mal vier beispiele wie diese siegel dann aussehen werden ich weiß nicht ob es noch mehr gibt oder ob das genau die vier verschiedenen typen sind die da kommen fragt mich auch nicht welches siegel welche akademie ist ich habe da auch keine ahnung vom law muss ich dann wieder zu geben an dieser stelle außerdem gibt es noch ein paar informationen zu den produktankündigungen von godikon und zwar zum einen den vielleicht schon von einigen erwarteten helden schirm aus holz der hatte inzwischen noch zweimal den preis gewechselt war angestiegen auf 9,6999 dann auf 9,8999 inzwischen steht beim preis nur noch fragezeichen das hängt einfach damit zusammen dass godikon im moment überhaupt nicht einschätzen kann wie teuer das vom material aus überhaupt sein wird soll weiter aber im q2 erscheinen das heißt wir können da mal uns überraschen lassen komplett neu ist noch holzamulett marbo und mada ich bin mir nicht ganz sicher ob das zwei verschiedene sind oder ein doppel amulett wird dann auch im juni erscheinen für 1999 und dann haben wir noch das holzamulett rastula was jetzt auf der collectors club convention 2024 für 1999 erscheinen wird das war bisher noch für juni terminiert dann gibt es noch ein komplett anderes projekt nämlich aventurische abenteuer jendors vtt ist gerade dabei diese homepage zu erstellen oder ich weiß nicht genau ob das dann im ja vermute aber dass es im browser ganz normal zu bedienen sein wird ihr kennt sicher schon die ein oder andere karte wo die ganzen aventurischen abenteuer verknüpft sind oder verpinnt sind mit pins versehen sind so heißt es die sind aber laut aussage von jendor auch alle nicht gepflegt und dieses projekt soll das ganze für die dsa 5 abenteuer bieten und dann auch viele feature darüber hinaus es nutzt unter anderem die offizielle dsa 5 karte wo man auch verschiedene ebenen also wie berge städte und fluss namen ein und ausblenden kann und in weiteren iterationen soll es dann auch noch die möglichkeit bieten da die einzelnen abenteuer abzuspeichern routen zu planen abenteuer zu bewerten und so weiter und so fort einige features soll es dann nur für seine patreons geben aber der großteil wird dann auch kostenfrei für alle verfügbar sein ja das soweit zu den partnerprodukten und dann kommen wir auch abschließend schon zum dsa wetter und zwar ja wenn es dir gefallen hat abonnieren nicht vergessen daumen nach oben und glocke aktivieren damit helft ihr uns wirklich sehr teilt auch vor allem das video wenn es euch gefallen hat kommentiert das sind alles sachen die gut für den algorithmus sind und hilft uns weiter dass wir mehr sichtbarkeit im netz bekommen denn das ist hier in dieser nische von dsa gar nicht so einfach wenn ihr es macht vielen 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 dank also jetzt gerne klicken teilen kommentieren oder wenn du es als podcast hörst dann auch gerne bei spotify oder bei apple podcasts bewerten ja der start der 44 collectors club welle der wird nächsten freitag sein das heißt am 12 vierten geht die los sicher mit dabei ist ja wie eben schon gehört geschöpfe der anderswelt der feenband dann sehr wahrscheinlich ist anfall 2 zeitensturm der zweite band von der dsk kampagne wo er alle zwei monate neue band kommen soll die saat der schwarzen eiche könnte sein das ist der dsa sammelband der solo abenteuer von sebastian thurer aus dsa 3 näher dsa 4 zeiten das habe ich schon wieder falsch gesagt dsa 4 zeiten die dann aber auf dsa 5 angepasst und überarbeitet und ergänzt wurden da bin ich mal sehr gespannt was da rauskommt verschollen in der bibliothek der göttin könnte noch kommen und das dazugehörige meister set außerdem mindestens ein neues pfotenwerk wir haben natürlich wieder eine epische begegnung für dsa und eine für dsk mit dabei bekannt schon sind schon die einzelfiguren flötenkatze golga rätten kira nachtgesicht sowie ratten miniaturen schwarz magier und ungerüstete skelett miniaturen außerdem ist raidri conchubaya dabei und zwei schicksal verdammtes jetzt können wir glaube ich auch erwarten das sind so die sachen die bekannt bis recht sicher sind rauschhafte nächte glaube ich fast inzwischen nicht mehr daran dass es überhaupt noch mal kommt das raya solo und ja lassen wir uns mal überraschen dann haben wir wie eben gehört am 15 vierten also dann am übernächsten montag das ende oder am sonntag das ende der 43 collectors club welle und die vor pdfs dann am montag also am 15 da haben wir dann auf jeden fall die vor pdfs von der bibliographie des schwarzen auges band 1 vom marbo war dem meckum traum labyrinth werde ich dann aber nicht hier haben mystische winterzeit das vor pdf wird dabei sein don gatos schatz hort wird dabei sein und bei dsk wie hund und katze dem mini pdf sammelband finsterbach hat ja kein vor pdf dazu gab es dann natürlich noch hörbuch und miniaturen aber da gibt es natürlich dann keine vor pdfs ebenso nicht beim bleistift spiel dann sind wir dann auch schon beim 17 vierten das ist dann der mittwoch drauf da geht dann das dsk crowdfunding ewige suche los wird bis zum 8 fünften laufen auch da freue ich mich schon sehr drauf und bin sehr gespannt was damit xolos passieren wird dann wie gesagt die elf sollte jetzt irgendwann auch erscheinen vielleicht sogar vor den bisher genannten sachen und ich warte händeringend eben auf aventuria streams und videos zum crowdfunding da bin ich also auch mal sehr gespannt außerdem gibt es noch bei metal motto die hart in amel also die emaille pins von den restlichen elf göttern die jetzt da auch mitte februar irgendwann dann erscheinen sollten die sind ja alle schon vorbestellbar und ich hatte es eben schon mal gesagt wir warten bei den vtt ist auch noch auf faser brüchiger frieden und nacht schwarze see auch die denke ich mal werden jetzt in den nächsten wochen dann erscheinen ja das war jetzt wieder ein wilder ritt die nächste sendung kommt dann hoffentlich zeitnahe ich habe im hintergrund schon wie ihr mitbekommen habt an den ganzen listen gearbeitet nicht nur um auf dem blog auch mehr listen anbieten zu können sondern vor allem auch um mir das vorarbeiten für die nachrichten einfacher zu machen vielen danke an dieser stelle an den bernd der mir da geholfen hat und ja ich hoffe dass das dann auch so weit hilft dass ich die nächsten nachrichten einfach schneller vorbereiten kann es wird immer noch viel arbeit sein wenn da jemand unterstützen möchte dann meldet euch mal ich kann euch gerne sagen wo ihr das vielleicht könnt und ja so hoffe ich dann insgesamt die frequenz zumindest etwas steigern zu können das war's für diese woche habt ein schönes wochenende oder start in die woche je nachdem wann ihr es seht oder hört wie gesagt lasst ein like da gibt kommentare abteilt und dann sage ich bis dahin dann und euer gernot vielen dank auch an meinen kurs und komat adrian an die grafische unterstützung durch eloquent erlen von die technik unterstützung durch de bernd unsere patronen und kofi schwender die unsterblichen munix und dennis den göttlichen albrex den allwissen an barion die wissen den meister f tengl heimi adranes und david die halfwissen gewinn an asatul und frogfencing die neugierigen school des palygan grimtalks tamar neuwitschbold rene und franz sowie alle unsere twitch abonnenten und alle die über unsere partnershops einkaufen vielen dank ihr macht das projekt erst möglich